Hm. Es gibt da so ein Gerücht. Es soll hier auf dem Stern Kanasa irgendwelche komischen Energien geben. Angeblich kriegt man davon übernatürliche Kräfte oder sowas. Naja, wer es glaubt, wird selig. Aber Freeza hatte es, soviel ich weiß, schon lange auf diesen Stern abgesehen. Bremsack! Verdammt! Wenn man mal eine Sekunde nicht aufpasst! Du Scheißker! Jan, durch die Verletzung, die ich dir eben zugefügt habe, habe ich dir die Fähigkeit verliehen, die Zukunft vorherzusehen. Die Zukunft vorherzusehen? Ja, von nun an kannst du in die Zukunft sehen. Das heißt, du kannst die Zukunft deines Stammes vorhersagen. Bitte? Ich habe keinen Schimmer, wovon du sprichst. Ich prophezeie dir, euch steht eine grässliche Zukunft bevor. Du und dein Volk, ihr werdet genauso ausgelöscht werden, wie ihr mein Volk vernichtet habt. Und jeder Blick in die Zukunft soll für dich eine schreckliche Qual sein. Halt die Fresse! Mann, der war ja wohl nicht ganz dicht. Labert hier den totalen Schwachsinn. Wir sind Saiyajins und Saiyajins sind unbesiegbar. Das weiß ja wohl jeder. Uns vernichtet keiner, stimmt's? Hey, Bardock! Was ist los? Was hast du da? Er ist ohnmächtig, oder? Fehlt dir was? Ich weiß es nicht. Hey, hey, Bardock! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.